so hi leute willkommen zurück in dieser wunderschönen neuen folge heute suchen wir ein bisschen weiter nach Godzilla werden ihn hoffentlich finden auf Google Earth habe ich schon komische Sachen gefunden Blutspuren in Wasser aber nicht hier nämlich Bahamas also ganz weit weg von Tokio hier sind natürlich alle Schiffe schöner Hund im Hintergrund nämlich habe ich das hier gefunden das sind Fugusspuren aber könnten irgendwo sein Godzilla ich frage mich was das bedeuten soll wie heißt das Center hier Tokio Bayes Tokyo One Aqualine ich habe keine Ahnung worüber hier diese was das hier sein soll vielleicht noch Deko aber Godzilla wie sie aussieht warst du vielleicht dort ja wir sind natürlich immer noch Schiffe aber hier gibt es auch da habe ich auch was gesehen etwas anderes als nur Schiff ähm was da zum Beispiel hier ja das ist jetzt nur ein Schiff aber hier zieht ihr das wo die Maus ist da also ein bisschen komisch also es gibt hier viele Sachen die irgendwie nicht so ja wie soll ich sagen und das hier ist mir auch aufgefallen ja das sieht doch so aus wie irgendwas hier ein Wasser hier so Blut oder so ist es ein bisschen rötlicher ne das sind normale Schiffe also es ist auf jeden Fall komisch Leute wenn ich weiter suchen soll dann schreibt es mir in den Kommentaren und das hier ist ja auch irgendwie weiß ich was sein soll Leute wenn ihr noch mehr so solche Sachen wollt dann schreibt es auf jeden Fall in den Kommentaren dann tschönen Leute tschau tschau tschau